Man muss sich diesmal vor Augen führen. Der Bundespräsident wirbt für eine linksradikale Großveranstaltung in Chemnitz. Und 65.000 Menschen folgen diesem Lockruf. Wissen Sie eigentlich, was da los war? Das lässt sich nur schwer in parlamentarischer Sprache ausdrücken. Von der Großbühne hämmerten Sänger in die Menschenmenge die 65.000. Wie gern Sie, hören Sie doch zu, sind ja teilweise Ihre Leute, wie gern Sie Busfahrer zusammenschlagen, die Köpfe Ihrer Gegner zertreten, wie gern Sie Frauen so brutal vergewaltigen, dass sie wörtlich grün und blau sind. Ist das mit der höchsten Würde und des höchsten Amtes im Staate vereinbar? Wir glauben nicht. Und deshalb muss die Debatte um die Änderung der Tagesordnung hier geführt werden, meine Damen und Herren. Denn natürlich müssen wir darüber reden, dass der Bundespräsident persönlich eine Veranstaltung empfiehlt, auf der Sängergrölen, wie gern Sie wörtlich Messerkling in Journalistenfressen rammen, wie gern Sie sich an brennenden Deutschlandfahnen wärmen und christliche Bibeln ins Feuer hinterherwerfen, wie gern Sie, hören Sie doch zu, Frau Göring-Eckardt, wie gern Sie schwangere Frauen in den Bauch treten und sich dann an der Fehlgeburt vergehen. Das ist so gewaltverherrlichend, das ist so deutschfeindlich, das ist so christenfeindlich, wenn ein Anziehenhaber seine Neutralitätspflicht so offensichtlich verletzt, dann muss hier sein Etat Gegenstand der Debatte werden. Vielen Dank. Vielen Dank.